Hey ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ein Cocktail mit Wermut. Und zwar nehmen wir uns dazu einen Helm, Wermut, einen trockenen, dann Maracuja-Saft, Zucker-Sirup und Mangosaft. Der Cocktail wird unglaublich einfach. Und zwar einfach nur das Eis ins Glas. Dann nehmen wir 8cl vom Wermut. Ja, wir übertreiben es heute. Dann 4cl Maracuja-Saft. Vom Mangosaft nehmen wir 6cl. Und zu guter Letzt 2cl von Zuckersirup. Den habe ich schon eine Weile selber gemacht. Falls es euch interessiert, ich verlinke ihn am Ende des Videos nochmal. Da könnt ihr gerne nochmal drauf gucken. So, und dann nehmen wir uns den Löffel und rühren das Ganze einfach nochmal kurz um. Und schon ist der Cocktail fertig. Den lassen wir jetzt schon. So, auf jeden Fall sehr fruchtig, sehr sommerlich. Perfekt für den Sommer draußen im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon, wenn ihr keinen habt, auf der Couch. Zum Genießen, um dabei zu spannen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich noch über einen Daumen nach oben freuen. Und jetzt klickt hier drüben auf den Zuckersirup, wenn ihr wissen wollt, wie er gemacht wird. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.